Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir gedacht, ihr seid mir so viel fucking wert, dass ich einfach mal als 750 Abo spezial, weil ihr mir ja so viel bedeutet, ich kann das ja jetzt nicht machen, wenn nichts besonderes ist, sondern ich kann das nur machen, wenn etwas besonderes ist. Das heißt, wenn ihr nächstes Gewinnspiel haben wollt, einfach abonnieren, damit ihr nochmal mehr Gewinnspiele haben könnt. Und zwar geht es darum, dass ihr was gewinnen könnt, und zwar eine Banane. Aber was ist besser als eine Banane? Stimmt's! Ein Bananen! Yeah! Alter, so zwei Bananen! Und wisst ihr Leute, was noch besser ist als zwei Bananen? Eine fucking Schere! Super, oder? Und wie ihr diese drei Dinge gewinnen könnt, ist ganz einfach. Ihr müsst erst mal dieses Video schauen. Zweitens müsst ihr diesen Kanal abonniert haben. Also drückt hier auf Abonnieren. Das ist drittens, müsst ihr einen Kommentar schreiben. Und viertens, ihr müsst dann einen Kommentar machen. Aber damit das nochmal ein bisschen schwerer ist, müsst ihr das dann nochmal machen. Und damit das dann nicht wieder zu leicht wird, machen wir dreimal. Dadurch, dass ihr drei Gewinne machen könnt, müsst ihr dreimal meinen Kanal abonnieren. Hier unten abonnieren. Dann müsst ihr einen Kommentar schreiben, warum ihr diese zwei Bananen und eine Schere gewinnen wollt. Und dann hier liken, ja. Dann müsst ihr hier liken, ja. Damit das nicht so schwer ist, dass ihr schon gerade dreimal, also dreimal abonnieren, dreimal Kommentar schreiben, dreimal abonnieren, hier bitte ein Dinges machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich hier machen möchte. Ja, also, wie schon gesagt, einfach abonnieren, dreimal, dreimal Kommentar schreiben, dreimal liken. Und dann komme ich wahrscheinlich hoffentlich auch in die Trends mal, weil ich brauche ja natürlich Abonnenten und ich brauche irgendwie Aufrufe zahlen. Weil mir geht das Geld aus, ich kann mir nur zwei Bananen leisten. Ich hätte euch wirklich drei geschenkt, aber ihr seid dran schuld, dass ich euch nicht drei geben kann, weil ihr seid dran schuld, weil ich halt einfach so wenig Geld mache. Also ich hätte euch gerne drei oder sogar vier Bananen schenken können, allerdings mache ich so wenig Geld. Deswegen gibt es leider nur zwei Bananen, aber dafür eine Schere, damit ihr die Bananen, damit ihr ein Blatt Papier schneiden könnt. Das heißt, die Schere, ja, die kommt gratis dazu. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war es auf jeden Fall von meiner Seite, wenn es euch gefallen hat, dann lasst du auf jeden Fall dreimal den Daumen hoch da. Ihr wisst ja schon, was ihr machen müsst. Also, erlaute, ihr seid mir viel wert. Tschüss.